Moin Leute, mein Name ist Donjaka Asadielite und heute gehen wir das Rework vom Drachenclan an. Der Clan kommt mit einigen Herausforderungen, die nicht einfach sind und deshalb analysieren wir jetzt den Clan und gehen zwei verschiedene Build-Order durch, die dir dann helfen sollen, um mit dem Clan besser zu werden. Der Drachenclan Nidhogg hat seit dem letzten Update Trials of Odin ein Mini-Rework bekommen, in dem die Sklaven-Echanic überarbeitet wurde. Passend dazu wurde das Wissen vom Clan und die Statue wie Rom-Boni angepasst. Von der Schwierigkeit bleibt der Clan aber gleich, dort haben wir nämlich drei Sterne. Genauso haben wir weiterhin drei Sterne im Bereich Entwicklung und Militär und keine Sterne im Bereich Unterstützung. Im Spiel starten wir mit einem Extra-Gebäude, dem Scheiterhaufen, und zwei Leibeigenen oder Sklaven, wie ich sie gerne nenne. Zu Beginn haben wir drei Dorfbewohner und die zwei Sklaven, außerdem kommt der Clan mit einer einzigartigen Ressource der Drachenessenz. Diese erhalten wir, wenn wir Zivilisten im Scheiterhaufen abwannen. Auf die Sklaven- und Drachenessenz gehen wir gleich ein. Der Clan kann keine üblichen Militärlager bauen, sondern Drachenmann-Altare. Mit diesen Altern können wir im Austausch gegen Drachenessenz dann Drachenmänner oder unseren Kriegsanführer Soto holen. Eine weitere einzigartige Mechanik von dem Clan ist, dass unsere Zivilisten in neutrale Gebiete können, um dort zu kämpfen. Außerdem kriegen die Dorfbewohner keine Debuffs, wenn sie verwundet sind. Sprich, man kann seine Dorfbewohner am Anfang zum Kleeren von Gebieten benutzen, ohne bestraft zu werden. Kommen wir nun aber zu den Sklaven und der Drachenessenz. Im Spiel starten wir wie gesagt mit drei Dorfbewohnern und zwei Sklaven. Die Sklaven funktionieren dabei ähnlich wie die Dorfbewohner, sie sammeln aber 50% weniger Nahrung und verbrauchen 33% weniger. Außerdem kann man die Sklaven Gebäude zuweisen, damit sie diese Gebäude buffen. Neben der Leiste von der Drachenessenz können wir dann unsere Leibeigenen kaufen. Sie werden mit jedem Kauf teurer und pro Monat wieder günstiger. Außerdem gibt es keine Obergrenze an Sklaven. Die Drachenessenz ist eine clanspezifische Ressource, die du für das Opfern von Zivilisten bekommst. Je nachdem was du für Einheiten opferst, bekommst du auch unterschiedlich viel Essenz. Also für einen Dorfbewohner bekommst du zwei und für einen Sklaven drei. Die ganze Mechanik ist ein zentrales Gameplay-Element vom Clan. Es ist also nicht nur da, um Boni zu bekommen oder Einheiten zu holen. Wenn die Leiste ins Rote geht, wirst du mit Unzufriedenheit im Clan bestraft, deine Sklaven arbeiten nicht mehr und wenn sie leer ist, rebellieren deine Sklaven sogar. In dem Fall greifen deine Sklaven dich an. Je nachdem wie viel Drachenessenz du sammelst, kriegst du einen unterschiedlichen Bonus. Als Bonus kannst du dann eigentlich jede Ressource aus der Drachenessenz bekommen. Und mit mehr Ruhm wird der Bonus verstärkt und die Leiste erweitert sich. Dadurch kannst du einfacher kontrollieren und entscheiden, welchen Bonus du willst. Da du ohne Probleme mehr Sklaven halten kannst, wirst du in der Regel auch eher Dorfbewohner aufwanden und die Sklaven arbeiten lassen. Ab 200 Ruhm bekommst du fünf Sklaven zugeschickt. Deine Drachenessenzleiste und die Boni verbessern sich. Ab 500 Ruhm wird die Leiste vervollständigt und die Boni wieder verstärkt. Außerdem kannst du deine Drachenmänner ein zweites Mal in die Kaserne schicken. Dadurch verwandelt sich der Drachenmann in einen draconischen Albtraum. Die Einheit hat mehr Rüstung und Leben und sieht einfach nochmal cooler aus. Mit unserem Relikt, der Schädel von Hungir, können wir einen draconischen Jötwin für 200 Nahrung beschwören. Die Einheit ist sehr sehr stark und wir können alle zwölf Monate einen weiteren holen, weshalb wir dieses Relikt in den meisten Build Orders auch bauen. Mit dem Clan können wir im Late Game gefühlt fast jeder Siegbedingungen nachgehen. Breit aufgestellt im Bereich Militär und Wirtschaft kann man gut angreifen oder sich auch verteidigen. Vorherrschaft ist für den Clan natürlich der einfachste Weg zu gewinnen. Wir können eine gute Armee mit unseren Drachenmännern aufbauen, sodass wir trotz Unterzahl andere Armeen auslöschen können. Für andere Siegbedingungen kriegt der Clan keine Buffs, weshalb sie ihm auch nicht so einfach fallen. Wenn das Spiel sich aber in die Länge zieht, kann man sich beispielsweise ausbreiten, Ruhm aufbauen und sich verteidigen. Durch eine Drachenessenz Boni kann der Clan auch teilweise mehr Wissen generieren als andere Clans, aber es ist eigentlich unüblich auf den Sieg zu gehen. Je nach Map können wir dann auch mehr Langschiff-Docs bauen und dem Handelssieg nachgehen. Die Sklaven an Bord sollten für genug Kronen sorgen, um große Handelswege aufzubauen und dem Sieg nachzugehen. Handel mit neutralen Funktionen werden wir eher nicht betreiben, weil es hier mehr bringt, sie anzugreifen und zu versklaven. Am Ende des Tages werden wir also normalerweise auf Vorherrschaft oder Map-spezifische Siegbedingungen gehen. Um mit dem Drachenklein eine ordentliche Wirtschaft und Armee aufzubauen, gibt es hier ein einfaches Echo-Build mit Relikt Rush. Man könnte es auch Rungier Rush nennen, aber das geht nicht so einfach über Lippen. Wie dem auch sei, mit dem Bild wollen wir im zweiten Jahr mit ca. 10 Drachenmännern, unserem Kriegsanführer Sirtul und mindestens einem Jötin angreifen. Der Plan ist es also, Mitte oder Ende des zweiten Jahres anzugreifen. Sprich Juli oder August 802. Bis dahin setzen wir erstmal viel auf Wirtschaft und wir werden für unser Gebäude und das Relikt auch viel Holz brauchen. Wir holen also früh zwei Holzfäller, einen Langschiff-Doc und eine Eisenmine. Vorm ersten Winter wollen wir also eine gute Echo aufbauen und genug Eisenmein, um unser Relikt zu schmieden. Im Winter spielen wir das Relikt, bauen Steine ab und werten im Optimalfall unsere Kleinhütte auf. Optimalfall heißt, wir haben genug Wissen, um Carpentry Mastery zu erwerben, um günstig davon zu kommen. Im ersten Jahr wollen wir dann das Relikt holen, die Wirtschaft weiter ausbauen und unsere Armee vorbereiten. Im nächsten Winter bauen wir weitere Altare, scouten bis zur gegnerischen Base und werten unsere Drachenmänner auf. Jetzt im Jahr 802 wollen wir angreifen. Wenn wir weiter unsere Kasernen aufwerten, können wir eine Armee-Stärke von ungefähr 10 aufbauen. In der Zwischenzeit können wir auch schon den Weg zum Gegner klieren und anschließend mit dem zweiten Jötin angreifen. Die genaue Bildorder sieht wie folgt aus. Wir holen einen Speer-Camp. Mit den Speern werden wir erstmal spähen, dann mit den Dorfbewohnern klieren und so viele Gebiete einnehmen wie möglich. Bei den Gebieten achten wir auf Holz, Eisen und Ruin und so. Von Beginn an können wir auch schon zwei Sklaven holen und einen Dorfbewohner opfern. Danach bauen wir eine Holzfällerhütte und einen Langschiff-Doc. Jetzt bauen wir direkt einen zweiten Holzfäller und Eisen. Wenn wir genug Holz haben, ein Nahrungsgebäude und ein Silo. Während dem Abbauen vom Eisen werden wir eine Schmiede bauen und anschließend das Relikt vom Clan. Wir bauen Steinen ab und wenn wir Carpentry-Master haben, werten wir unser Clan-Haus, das Langschiff-Doc und die Nahrung auf. Im Frühling 801 bauen wir ein zweites Nahrungsgebäude und einen zweiten Dock. Dann holen wir unseren Jötin und Surtur und wollen an die zweite Steinenquelle. Die letzten Schritte sind nur noch Altare bauen, Drachenmänner aufwerten und angreifen. Unser Wissen stecken wir zuerst in Mining Efficiency bis hin zu Carpentry-Mastery. Danach gehen wir den mittleren Strang entlang, um unser Militär zu stärken. Die ganze Lore-Order ist in der Videobeschreibung verlinkt und am Ende vom Video findest du ein weiteres Video, wo die eben beschriebene Build-Order gespielt wird. Mit dem eben genannten Build kannst du eine starke Wirtschaft aufbauen und durch viele Altäre eine große Armee bekommen. Trotzdem bleibst du anfällig für 801 Rushs und das wollen wir mit diesem nächsten Build versuchen zu umgehen. Jetzt wählen wir nämlich nicht den Legion-Fad, sondern den Guardian-Fad und spielen erstmal defensiv. Wenn du dir wirklich sicher bist, dass du auch gerusht wirst, kannst du dich auch darauf vorbereiten, indem du eine starke Einheit wie deinen Kriegsanführer holst und den dann mit Reconic-Friends bekämpfen lässt. Unser Schlachtplan sieht im Grunde so aus, dass wir uns mit den Türmen im Early-Goot verteidigen können, uns normal in Slat-Game spielen und dann durch die Türme auch eine große Armee-Stärke bekommen und easy angreifen können. In dem Fall macht dann die größere Armee die fehlenden Buffs durch die Legion-Fad mit. Unser Wissen beschäftigt sich eigentlich nur mit Sklaven und Militär. Im oberen Strang buffen wir unsere Sklaven. Blood, Sweat & Tears sorgt dafür, dass wir unseren Produktionsgebäuden weitere Sklaven zuweisen können. Royal Trade macht Sklaven 50% günstiger und lässt die Drachen-Essenz-Leiste 30% langsamer sinken. Denn je mehr Sklaven du hast, desto schneller sinkt die Leiste. Die restlichen Wissensboni finden wir im mittleren Strang. Draconic Francie gibt deinen Einheiten 100% Angriffsbonus, wenn sie alleine angreifen. Capture erhöht die Chance, getötete Gegner zu versklaven. Normalerweise hat der Kriegsanführer Sutur die Fähigkeit und mit dem Wissen bekommt jede Einheit die Fähigkeit. Und bei Sutur erhöht sich die Chance auf Gefangennahme. Zum Schluss kriegen unsere draconischen Einheiten mit Draconic Rage einen 15% Angriffs-Buff. Außerdem werden gegnerische Einheiten nicht mehr versklavt, sondern verwandeln sich in Drachen-Männer, wenn man noch Platz in der Armee hat. Die Upgrade-Order ist ganz einfach. In Stein werden wir unser Clan-Haus, die Docks und Nahrung aufwerten. In Duellen oder Free-for-Alls müssen wir noch die Speer-Hütte aufwerten. Ansonsten wird das ganze Stein dann in den Kasernen gesteckt. Kommen wir nun zum Eisen. Das stecken wir erstmal ins Relikt. Danach holen wir das Upgrade für die Seefahrer, die Nahrung und die Drachen-Männer. Mit dem Clan müssen wir den Legions-Fad wählen. Der funktioniert wirklich sehr, sehr gut mit unserem Spielstil. Wir werden unsere Kasernen aufwerten und dadurch die Buffs kriegen. Mit den Buffs, unseren Fähigkeiten und allgemeiner Capture-Fähigkeit kann es in einem Kampf richtig abgehen. Wenn man mal verschiedene neutrale Fraktionen angegriffen hat und sie versklavt hat, dann weiß man, wie viel Spaß es macht, plötzlich einen Riesen neben sich zu haben, der für dich kämpft. Versklavte Kobolde oder so kann man aber auch einfach opfern. Durch Draconic Frenzy kann man den Gegner auch schön und einfach mit einer Einheit angreifen. Dabei reicht ein Jötin oder der Kriegsanführer, um den Gegner zu schaden. Die Drachen-Männer sind schön stark und aufgewertet noch besser. Die Draconic Nightmares sind auch cool und irgendwie special. Die Einheiten haben nämlich mehr Leben und sind ein bisschen tankier. Aber können die Drachen-Männer nicht ersetzen. Sie verlieren die AOE-Fähigkeit der Drachen-Männer und damit auch ihren Damage. Wenn man sie aber aufwertet, kriegen sie eine Chance, den Gegner zu schwächen, wenn sie Schaden bekommen. Vom Plan her sollte man die Drachen-Männer also nicht ersetzen, sondern nur ein, zwei Draconic Nightmares in die Frontline stellen. Leadership ist mit dem Clan nicht so lohnenswert, aber Guardian kann in manchen Fällen ganz stark sein. Gegen einen 801-Rush kann man sich damit früh verteidigen und mit den Türmen eine gute Armee-Stöcke hinkriegen. Damit sollte man die fehlenden Buffs durch mehr Truppen wettmachen können. Zu den Stärken vom Clan gehört auf jeden Fall die Fähigkeit, gut zu fiesten und das Militär. Early Rushes mit dem Clan gehen auch, aber sind ein bisschen zu sehr All-In, weshalb man sie weniger spielt. Die 801-Rushes gegen sich sollte man auch mit einem frühen Kriegsanführer und Draconic Frenzy oder dem Guardian fad verteidigen können. Die Late-Game-Armee von dem Clan ist aber wirklich erste Sahne und der Clan ist nicht webabhängig, was auch sehr gut ist. Was der Clan aber nicht so gut kann, ist das Clearen, sich erholen oder scouten. Dass man alle Einheiten in neutrale Gebiete schicken kann, ist zwar schön und gut, aber nicht so effizient wie bei anderen Clans. Und er kann damit oder generell einfach nicht wirklich anderen Clans helfen, weshalb er in dem Gebiet auch nur Sterne hat. Gegen den Clan will man etwas spielen, was entweder Early Rushen kann und ihn damit überraschen oder ein weiteres Late-Game-Monster, also gerne den Adler- oder Wolfs-Clan, beziehungsweise auch den Kraken- oder Löwen-Clan. Mein Fazit, der Clan und die einzigartigen Mechanics machen echt viel Spaß und sind sehr stark. Die Neuerungen durch das Rework finde ich richtig gut und gefallen mir. Drei Stände in der Schwierigkeit machen sich aber auch bemerkbar. Übt man den Clan, bemerkt man eine schöne Lernkurve und man kann online oder in Conquest wirklich schön durchrasieren. Im Teamplay oder Free-for-All ist der Clan etwas besser als in Duellen, aber overall ziemlich gut. Ich hoffe, euch hat der Guide zum Rework vom Drachenklang gefallen. Hier rechts findest du jetzt noch Gameplay zum Eco-Build 802 Militär Rush.